Musik Nichts ist überzeugender als Erfolg. Obdiktiber feiert seinen 15. Geburtstag und der Erfolg gibt dem Unternehmen recht. Mit seinem perfekt ausgebildeten Team, hochwertigen Produkten und individueller Beratung ist ein Top-Unternehmen aus dem Ortsbild von Schladming nicht mehr wegzudenken. Dass ein solches Jubiläum kräftig gefeiert werden darf, versteht sich von selbst. Der Optiktiber ist die Person, die meine Brillen macht. Der schaut auf mein Augenlicht, es funktioniert alles bestens. Also ich kann ihn nur empfehlen, ich bin voll zufrieden. Ja, meine Tochter hat da lernen dürfen und im Jänner hat sie ihre Lehre fertig gemacht. Sie ist als Optikerin und uns gefreut, dass sie da anfangen dürfen und sie ist mit voller Begeisterung dabei. Und wirklich gratuliere, Obdiktiber, 15 Jahre, wirklich herzliche Gratulation. Obdiktiber ist mir lieber. So schaut es aus. Also wir sind eigentlich von Beginn an Obdiktiber Kunden und das hat sich dann irgendwie zwei Jahre später, 15 Jahre, hat sich ergeben, dass wir das Haus eben gekauft haben damals und ein bisschen umgebaut und so. Und das ist eigentlich in Einklang gegangen mit der Familie Diva und ich bin wahnsinnig stolz. Die machen das so super. Könnte man keinen besseren Untermieter vorstellen, wie Karin und Stefan mit dem ganzen Team. Also wenn wir unsere Kunden nicht gehabt hätten, uns gab es wahrscheinlich gar nicht einmal in dem Ausmaß. Wir sind jetzt sieben Leute, also sieben Angestellte, alle top motiviert. Natürlich bei den Leuten, die wir haben, muss ich sagen, ist das gar nicht so schwierig. Und die Entstehungsgeschichte hat angefangen nur mit Stefan und mit mir. Wir haben eben vor 15 Jahren zu zweit angefangen, haben dann aufgestockt und sind mittlerweile sieben Leute. Die zahlreich erschienene Gäste-Schar erfreute sich einen fröhlichen Abend lang an guter Musik, einem Buffet voller Köstlichkeiten und daneben konnten aktuellste Brillenkollektionen bestaunt und getestet werden. Meine neue Brille. Der Herr hat gesagt, die steht mir. Die gefallen mir im Spiegel auch nicht so schlecht. Jawohl. Das absolute Service. Karin, Stefan und Team einzigartig. Die besten Brillen, das beste Service. Grandios. Einfach fesche Brillen. Obdiktiva ist einfach die Sympathie von allen und du wirst gut beraten. Und ja, sie sind einfach nett und freundlich und lieb und das passt. Und das empfinde ich super. Resi, was macht für dich Obdiktiva aus? Schöne Brillen, die man sonst nirgends bekommt. Dankeschön. Danke für die Unterschiede. Und wir verlosen das jetzt. Und welches bleibt hinten? Wir haben jetzt so gezogen, das ist rot, die Nummer 8. Nein, ich glaub's nicht. Jung, dynamisch, erfolgreich. Jung, dynamisch, erfolgreich. Jung, dynamisch, erfolgreich. Heute, als Vizibürgermeister, bin ich ganz stolz, dass Hauser so einen guten Betrieb in Schlapping haben. Und das, glaube ich, ist auch für Haus, für die ganze Marktgemeinde sehr schön. Ja, weitere 15 Jahre in dieser Dynamik. Das ist unglaublich, wie sie die da ins Zeug legen. Sie sind immer am neuesten Stand, was es da so gibt auf dem ganzen Markt. Und vor allem der Zugang zu den Leuten, das ist eine Erfolgsgeschichte und das soll die nächsten 15 Jahre oder am besten 100 Jahre so bleiben. Obdiktiva ist für mich, früher waren es die Sonnenbrillen und leider seit ein paar Jahren brauche ich auch keine Lesebrille. Und mein großer Stolz, was ich sagen muss, ist, dass wieder Hauser zwei Betriebe da in Schlapping betreibt. Das ist ein Stolz für uns Hauser auch. Und wie gesagt, das ist ein Wahnsinn, ein Liebes und ein schönes Geschäft. Ich würde wirklich gratulieren. An die Mitarbeiter möchte ich natürlich auch ein recht, recht herzliches Dankeschön sagen. Es geht natürlich nicht ohne die Unterstützung von so vielen Leuten. Und sie stehen immer hinter uns, muss ich sagen. Sie sind immer da, wenn wir es brauchen. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Obdiktiva steht für ein Top-Team und perfekte Beratung. Ein schlappender Unternehmen, das optimistisch in eine erfolgreiche Zukunft gehen darf. Obdiktiva steht für ein Top-Team und perfekte Beratung.